Das gibt's doch gar nicht. Jawoll, das ist doch mal geil. Kommt doch mal der Fußball jetzt nicht. Was? Es ist nicht über das Wort los, alles los. Ich will dir mal was erzählen. Gleich warte. Wir fehlen uns in die Sekunde. Es ist keine Straße hier. Ah! Bist du keine Luftzone? Wie viel? Ein. Gruppen hat drei Mannschaften. Nummer eins, das kann man jemand anders machen. Ja, du filmst das, Mike. Ja, und Stani macht mit. Nummer eins, das ist die Viermannschaft. Ach, da hab ich ja genau richtig. Dessau-Roslau. Keine Ahnung. Gruppe zwei, Dessau-Roslau. Gern auf? Ja, nimmst du auf. Ganz wichtig. Nee, drücken, drücken. Nein, ich bin selber noch einer. Schenk Lengsfeld, Gruppe drei. Das stoppt das ganze Spiel, was heute gelaufen ist. Ja, jetzt kommt die Losfee. Ja, jetzt kommt die Losfee. Ja. Komm, Anja, los. Anja, komm. Erstmal Glückwunsch zum Gruppensiegen. Dankeschön, dankeschön. Es wär schön, wenn ihr euch ein bisschen umdrehen würdet. Zeig mal euer Gesicht. Dennis, komm her. Ja, nun. Wer ist denn da jetzt? Gruppe zwei. So, wer ist denn da von euch? Wer noch mal? Den haben sie wieder da. Wo ist Aue? Die kommt nicht. Die kommt nicht. Die kommt nicht. Die kommt nicht. Eigentlich sind Leichen nicht. Die kommen nicht. Die kommen nicht. Alles klar. Ich danke euch. Sehr recht. Hilf sei im Augersdorf. Gruppe zwei. Wo kann ich Börse. Denitsch. Franziska, komm mal mit her. Wir wollen erstmal zum Gruppensieg gratulieren. Und hab keine Angst vorm kleinen Mann, gell? Zieh einfach mal los für unser Fanclub, Tomi. Und leg dich nicht mit mir an, du. Würde ich nie machen. Komm, wir lassen die Mädels ziehen. Ja, genau. Die ziehen viel schöner als die Kerle. Guck mal, zwei Lose noch. Lasst doch die Mädels, ihr seid wahre Helden. Feldberg. Danke. Macht's gut. Macht's gut. Gell so Mann! Guck mal, guck mal! Gutes Mann. Guck mal, guck mal! Gute Gelesung, gell? Guck mal. Mama, wo gehen wir jetzt gehen ins Steakhaus? Ist das ... Seh mal, wo das ist. Ich brauch nur die Adresse. Ist das eine alte Schießmann? War die Nummer? Ja! Ach, du war die von Gerichdauce, das Lerne. Ja, ich hab da gerade... Da steht irgendwas. Warte mal hier, warte mal hier. Netteste. Fährst du mit dem Rucksack, fährst du nie mit dem Auto. Nimm dir die Ringe weg. Ich danke euch. Einen schönen Abend. Ich wollte immer mal die Leiswehr sein. Ich war auch den Eisner. Ja, ich weiß, ich weiß. Ihr seid gesehen worden. Ich hab dich aber nicht gesehen wahrscheinlich, weil du da oben bist. Deshalb müsste man mich aber gerade sehen. Alles klar, eine schöne Abend. Ja, euch auch. Viel Spaß. Tschüss. So, haben wir alles, gell? Warte. Ist das Endergebnis hier? Das offizielle Endergebnis, genau. Rucksack weg. Schönen Dank, Männer. Macht's gut. Oh, Entschuldigung. Mitten in die Kamera gegriffen. So ein Schweizer. Okay. Alles drauf? Fertig? Fertig. Wow.